Tja, wie ihr seht, hier sind nicht mehr so viele Leute unterwegs abends, nur noch Autos. Ich bin aber auch gleich da. Es ist halt immer zu spät, wenn ich erst nach dem Sachsgebet gehe, dann komme ich immer genau zum Abendgebeten heraus. Das ist aber die Tiere nicht mehr aufnehmen, nur im Dunkeln. Die Tiere nicht mehr aufnehmen, sondern die Tiere nicht mehr aufnehmen. Die Tiere nicht mehr aufnehmen, sondern die Tiere nicht mehr aufnehmen. Die Tiere nicht mehr aufnehmen, sondern die Tiere nicht mehr aufnehmen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Fuck. 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 Gekauft habe ich hier beim Basar einmal Wurzeln und die beiden Köpfe hier. Die kosten jetzt tatsächlich das bisschen hier wirklich nicht viel dran. Zwei. Fünfzig oder so. Ich hätte mal einen großen nehmen sollen. Hätte ich nicht so viel Müll gehabt wahrscheinlich. Und die haben 25 Kilo gekostet. Also habe ich bezahlt. 40 glaube ich. Ja. 40. Aber nee. 20. Ich weiß nicht. Ich glaube 20. Genau. 20 habe ich bezahlt. Genau 20. Genau. 1 Kilo. 1 Kilo. 1 Kilo. 1 Kilo. 1 Kilo. Jetzt. Ihr geht mal auf Tauschstation.